Ruf dich mal an, dann tut die Hydro-Pneumatisch, Elektrisch-Hydraulisch, Betrieben Langlaufs, ruf den Alker bei und den Leo natürlich auch und heute wollten wir glaube ich den Witzer plattmachen, den Witzer. Oh yeah, den Witzerreißer. Und das klingt doch unglaublich schwul. Ist doch so mega, hab ich auch gehört. Hat der Leo auch. Andi, hier ist deine French und... Ne, also ich fand das voll akkurat und dezent. Ja, es war eine sehr, sehr schön formulierte... Also ich habe alles dabei, um den Witzer zu bauen, wo wollen wir ihn hinsetzen? Also ich bin echt fürs End. Ich würd sagen, wir setzen... komm mal mit, Andi. Ja, oder Endlios oder Eike Schütte. Richtig, genau. Ich würd sagen, eine von den beiden Türen. Im End ist er eigentlich, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Im End? Ja, darfst du nicht runterfallen. Wir bauen eh keine Ender-Augen-Farm oder sowas. Und, warte mal, der schießt doch auch noch auf die Enderman, oder? Ja, genau, das auch. Dann lass uns das End gehen. Ja, komm, dann lass uns das End gehen. Stronghold. Seid ihr schon da? Ja, ja, alle da. Jetzt ist die Tür. Dann ab ins End. Das wird wieder so eine 5-Sekunden-Aktion. Ja, echt. Mach dein Nanos selber aus, Leo. Ja, ich hab den ja schon ausgemacht. Wo ist denn du? Wo warst denn du? Bin ich. Jetzt brauch ich doch mal einen Jetpack. Jetzt brauch ich doch mal einen Jetpack. Oh, ich bin so aufgeregt. Reiben wir uns die Hände. Sehr schön. Oh mein Gott. Ohne Scheiß. Ich glaube, wir könnten, wenn wir uns direkt ranstellen in der Zeit, wie er sich aufbläht, den umbringen. Aber egal, mach mal Andi. Okay. Also Nanos selber uns schon Mal anmachen? Ja, ich... Und... All right? Ja. Los, 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 klmentch. Klatsch den, klatsch den! Weg, 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 weg! Das ist ein verwundbar. Jetzt explodiert er, jetzt explodiert er! Bäm, jetzt geht's ab. Ich hab das bis hierhin gehört, was habt ihr gemacht? Ich hab das hier gehört, da war so ein Duuuu. Ja, das ist immer, wenn der woher gespawnt wird. Der wohin fliegt der halt, der ist der B! Der geht echt ein bisschen ab. Der raged ja richtig rum, warum fliegt der denn, Mann? Komm, lass mal runterfliegen, lieber. Ja, also, wisch, ich will nämlich mein Jetpack gar nicht erst anziehen. Weil ich sehle gar nicht mehr. Na, der kommt hier runter. Was will der da oben, ey? Der ist echt ein bisschen weit weg, ne? Der hat keine Hobbys. Der kommt wieder runter, der kommt wieder runter. Und ich steh' hier da unter dem! Siehst du? Ah, jetzt schießt er gerade. Da kommt er da runter. Über uns ist der. Boah, ist der langsam. Bleib mal hier unten, der kommt, vielleicht kommt er nie wieder runter. Bleib hier unten. Doch, der kommt runter. Ja, langsam kommt der. Boah, das ist geil. Warum gehen die ganzen Endermen so ab? Ja, weil er die alle angefickt hat, wahrscheinlich. Ja, mach ich kaputt. Boah, wow, 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 wow. Das ist gut. Was? Ah, sauber. Wo ist der? Wo ist der? Ah, ich hab'n wisser Star. Never Star. Ey, so schnell ging das. Oh ne, habt ihr noch? Also, ihr gehört auf ihr Star. Wenn ihr auch nochmal drei Köpfe besorgt, dann kriegt ihr den, dann den Star. Gut. Kann man den immer wieder machen? Ja, den kannst du immer wieder machen. Eike, brauchst du Hilfe? Das war ja auch schon wieder so ne easy-misi-chili-milli-Party. Das ist auch so. An 30 Sekunden. Du hast eigentlich wie heute ab. Das sieht aus, als ob du gleich schlubbst. So. Ich hab's bei Enderperlen. Was ist das da hinten für ne komische Cobblestone-Säule? Und hier endlich mal wieder raus. Ey, was ist das für ne Cobblestone-Säule hier? Das ist ein Dimensional-Tor, oder? Warum ist das mitten im End ist ein Dimensional-Tor? Weiß ich nicht. Ist egal. Ja, weiß ich nicht. Du musst auch von der anderen Seite gucken, dann siehst du's. Sollen wir mal reingehen? Mann, das ist ja auch witzig, ne? Ja, ich hab' das immer angeguckt. Wollen wir rein? Stell' ich mal davor. Stell' ich mal davor. Willst du mich reinschießen, oder was? Du bist ja auch schlau. Ich schubst dich rein. Ich bin drin. Ja, craftest du grad einen Bacon? Hä, was ist das denn, Alter? Was denn? Was weiß ich, was das für ein Raum ist? Also, ist das ein Raum? Ja, das ist so ein ganz komischer Raum. Das sieht irgendwie so aus, als wäre das der Raum Gottes, oder so. Ja, ach so, ja, das gibt's hier dauerhaft. Also, aber gibt's hier auch... Wir kommen nicht mehr zurück, wa? Doch, wir kommen zurück. Wo wollen wir ihn hinstellen? Da! Wuiuiuiuiuiuiui. Hallo? Wenn man mal neugierig ist, dann findet man alles. Wo seid ihr denn? Oh! Ich will's auch sehen, ich will's auch sehen. Oh, geil! Alter, Alter, Alter! Was hast du gefunden? Du weißt nicht, was das für komische Sachen sind. Also, erstmal einsammeln! Na! Kommt ihr da wieder raus! Das ist so, Mann! Ja, ja, komm, Jo! Ich hab ne Logitmetricsprogramm, hab ich zweimal und dann hab ich ne Page. Ein Obelisk ist das. Ach, da hast du so komische Welten drauf. Das sieht aus wie ein Mandala, unausgemalt. Ja, das ist so ne Seite halt, mit der man die Bücher backen kann. Ach so. Nochmal den absparen, weil es so schön war. Voll geil. Also wir können das gerne gerecht aufzeigen, Leo. Wo stellen wir den dann hin? Ich hab nichts mehr. Ich hab gar nichts. Ich geb euch eins davon ab, weil davon hab ich zwei. Alter, Alter, Alter! Ich will nur von den schwarzen Steinen ein paar haben. Die hab ich auch, hab ich auch. Wie viele hast du denn? Einen Stack hab ich jetzt. Ja, dann habt ihr jetzt drei Sticks und ich hab beides. Aufs Dach, würd ich sagen, oder? Dann können wir wieder zurück, oder? Wir stellen die coolen Garten so, weißt du? Oh, jetzt kommt wieder der Abspann. Der kotzt mich ein bisschen an. Kannst du mit Escape überspringen? Das die ganze Zeit angucken. Was ist denn eine Extended Forth Disc? Drück auf U, wenn du drauf, also geh mit der Maus drüber und drück U. Dann findest du raus, wozu man's nutzen kann. Nee, bei mir geht das nicht. Das ist schlau. Das ist schlau. Das geht, ja, das geht mit allem. Aber das geht mit allem. Komm, ist hier noch nicht die Spinne rein? Wahrscheinlich kann man das nicht mal zum Craften nutzen, sondern das Solar-Ding ist schon wieder alle. Das kommt, ey Kilian, was ist das hier? Komm her, das haben wir auch da drin gefunden. Aber was wollen wir mit dem Logic-Matrix-Programmer? Factorization-Programmer. Guck dir das mal an, Leo, die sind einfach nur... ...ultraschwar. Ja, die sind richtig geil. Und pass auf, warte mal, ich zeig dir was anderes. Warte. Wenn ich da jetzt... Kann man das in den Computer reinwerfen und dann irgendwas auslesen oder so? Nee, ich glaub da brauchen wir ein besonderer... Steht da ein Mod drunter? Ich weiß nicht, wie die normalen Disketten. Warte mal, stell doch mal... Das ist echt so eine Special-Diskette und der Schriftzug ist auch gelb. Hast du gesehen? Und jetzt? Ja, das hat den aufgesaugt, den Block. Und also das coole ist, der absorbiert sogar... Ne, der emittiert Licht, der Block sogar. Und du kannst damit ziemlich lustige Räume mitmachen. Also wenn wir da einen geilen Raum mal machen wollen, können wir da die Steine nutzen. Also ich pack sie mal ins Lagersystem rein. Das mach ich auch mal. Die schießen Licht raus, das ist ja witzig. Wer schießt Licht raus? Nein, die schießen die schwarzen Steine, die du da gefunden hast. Die emittieren Licht. Ja, ja, die emittieren Licht. Und was machen wir jetzt mit diesen Logic Matrix Programmer? Weiß ich nicht. Fabric of Reality, oder was? Ja, genau. Davon haben wir 410. Ja, ich weiß. Die Dinger gibt's nur in den Truhen. Die kann man nicht mehr abbauen. Also wenn man die einmal platziert hat, kannst du die, kriegst die nie wieder. Und lustig ist auch, wenn du da vor einen Stein setzt, dann wird der von dem Block aufgesogen und der Block ist dann der Stein. Also diese Fabric Dinger sind ganz abgefuckte Blöcke. Warte mal, das muss ich jetzt mal ausprobieren. Was machst du? Also Creeper können ja auf jeden Fall bei uns nicht rein, das sind jetzt nur Spinnen, das heißt schon mal nicht mehr gefährlich. Und wenn du, wenn du diesen Fabric of Reality irgendwie hingestellt hast und daneben oder da drauf einen Cobblestone oder so stellst, oder egal welchen Block eigentlich, wird er von dem aufgesogen und zum Schluss ist halt nur noch der Stein, den du da hingepackt hast, also der Cobblestone oder Stone da. Kilian. Das ist aber, ich weiß nicht, ob das irgendwo nützlich ist, aber... Was du dir jetzt mal ausprobieren? Ja, das sind diese Fabric of Reality hingesetzt und dann setze ich auf den einen Cobblestone, Genau. Lol. Ey, sollen wir uns nicht dann sofort noch so einen neuen Raum machen? So eine neue Dimension? Ne, das bringt immer alles nichts ehrlich gesagt. Ich glaube, man kann die gar nicht stapeln, die schwarzen Steine. Um das richtig zu, zu craften, brauchst du viel mehr Seiten, die sind dann, diese Eigenschaften kommen gar nicht zur Geltung so. Ne, wollen wir, wir müssten mal, im Westen, wir machen nochmal so eine Dimensional, äh, Suche, also wir gehen eine Weile unter, da durch die, durch die Welten durch. Ja, ohne Scheiß, ich finde, wir haben das noch nicht mal ansatzweise ausgereizt. Ja, zumal ich hab das... Ja, aber dass du das richtig machen kannst, müsstest du dir Seiten besorgen? Noch mehr? Ja. Du brauchst richtig viel. Ja, das meine ich ja, das meine ich ja, weil wir müssen durch die, durch die Dimensional Doors auf der Karte durchgehen und dort mal suchen. Also, was wir jetzt mit Xander gemacht haben, ganz kurz. Ja, dann lass das doch mal machen. Jetzt? Richtig. Ja, jetzt würde ich nicht sagen, das kann man aber für die nächsten Gemeinschaftsfolgen planen. Gibt's da einfach welche oder so? Und was auch ganz wichtig ist... Kannst du da in der Wildnis rumstehen? Ja, ne, in Dörfern gibt's die ganz oft, also in Dörfern sind immer Pages. Ja, und auch halt in diesen Kisten, also was ganz wichtig ist, äh, für das Verständnis von diesem Dimensional Zeug ist halt, Inception haben wir ja alle geguckt. Und, ähm, das sind verschiedene Levels sozusagen, in die du einsteigst. Ja, ja, bestimmt. Auf jeden Fall meine ich, ähm, du kommst halt, gehst halt durch das erste Tor durch und bist im Level 1. Und wenn du durch Eisentüren gehst, steigst du immer ein Level tiefer und durch Holztüren steigst du immer ein Level höher. Das heißt, du kannst doch einfach ganz viele Holztüren mitnehmen und so kommst du immer wieder raus. Also, da ist die Gefahr, dass wir nicht mehr rauskommen, ist jetzt nicht mehr gegeben. Wir haben es auf jeden Fall sicher. Holztüren. Holztüren, ja. Also das sind verschiedene Levels und, ja genau, so funktioniert das halt. Also Holztüren nochmal reichlich mitnehmen. Also diese Teleport-Holztüren. Nicht normale Holztüren, sondern diese, keine Ahnung wie die heißen, Rift sonst was oder so. Das ergibt Sinn. Ja. So funktioniert dieser wunderschöne Dimensional immer wieder heiß. Sag mal eine Frage. Habt ihr Redstone? Ja, wollte ich auch fragen. Oh, stimmt. Das ist eine gute Frage. Noch eine bessere Frage. Habt ihr Diamanten? Ja. Genau. Was wolltest du damit eigentlich? Ich hätte gerne 18 Diamanten. Ich hätte gerne 18 Diamanten. Jetzt. Was du möchtest denn dafür, mein Junge? Ja, was wollen wir? Fällt dir irgendwas Gutes ein? Wie wär's mit 2000 Fleisch zum Beispiel? Wir könnten... Oder über eine Million Cobblestone oder 18.000... Papier. Habt ihr Papier und Bambus und sowas? Ja, wir haben 312 Bombos. Oh, jetzt habt ihr schon wieder Däumen Grund gegeben, sich übelst abzufeiern. Ja, weil er hat doch so ein Lager gebaut. Ich könnte euch hassen. Nein, er hat Bambus Farm gebaut. Achso, mein ich ja. Und Redstone haben wir auch knapp 800. Wie viel Bambus braucht ihr denn? Also wir brauchen mal locker 200 Redstone und Bambus, gebt dem was wir haben. Ja, wir müssen halt... Wir wollen doch einen schönen Zauberraum machen und so. Deswegen brauchen wir noch ein bisschen Papier. Und halt auch für die Module brauchen wir auch noch Papier. Da haben wir auch noch nicht genug. Genau, genau, genau. Ey, Leo, lebst du jetzt eigentlich bei Eike oder wie ist das jetzt? Ich weiß es auch nicht, aber ich... Jetzt zur Zeit wege ich noch... Es ist kompliziert. Es ist kompliziert. Nein, aber ich meine, es macht so viel Spaß hier. Und deswegen will ich auch eigentlich nicht bei meiner Bude erstmal weitermachen. Okay. Und ich will auch wissen, ich will jetzt erstmal das hier mit aufbauen. Macht doch so einmal wesentlich mehr Spaß, möchte ich sagen. So, so. Ey, also, wo seid ihr, ey? Ja, kommt her. Also, kommt halt in unser Lagersystem und, äh... Wir handeln aber noch kurz aus, wie wir das machen. Also, ihr könnt nicht gegen... Gegen beides nur Papier. Und wir wollen nicht nur Papier für so hoffenweise Diamanten und hoffenweise... Ja, warte, wir können euch doch gleich wieder Leder mitgeben. Wir können euch auch Fleisch geben und Leder. Nee, ihr braucht doch wirklich Leder für die Bücher. Wie könnten... Könnten wir vielleicht ein paar Tiere kriegen? Nein, aber wir könnten euch viel Fleisch geben. Ja, aber okay, zwei Steaks Steaks oder sowas. Oder drei Steaks Steaks. Ja, warte, ich... Wir können euch auch tausend geben. Dann nehmen wir tausend. Dann nehmen wir schon tausend, wenn ihr das schon wollt. 18 Diamanten und... Wollt ihr Steaks oder wollt ihr Porkchop? Nee, nicht Porkchop. Wir haben ja Porkchop. Nee, wir haben Steaks. Nee, Steaks sind viel cooler. Nee, okay, dann könnt ihr dafür 18 Diamanten und eure 200 Redstone dafür. Also, du kriegst jetzt 1 Steaks, 2 Steaks, 3 Steaks, 4 Steaks... Du kannst die auch einfach ins Lagersystem packen, in die Inputkiste hier links. Aber könnt ihr uns noch... Ja, du willst ja sehen, was du kriegst. Könnt ihr uns einen Redstone geben? Ja, haben wir das Redstone, klar. 18 Diamanten, Leo? Ja, dann hol sie dir raus. Okay. Äh, wir vertrauen da mal vollkommen euch. Wir haben 1.000 Redstone. Das ist auch alles abbanden. Warum haben wir auf einmal 1.000? Habt ihr uns Redstone gegeben? Nee, ich hab unten noch was gefunden. Achso. Ja, wir haben 1.000 Redstone. Ja, davon können wir auf jeden Fall ein bisschen was gebrauchen. Na, habt ihr denn nicht jetzt schon eure 200 genommen oder noch nicht? Manni, hast du schon was genommen? Ja, also ich hab jetzt nur 18 Diamanten rausgenommen. Ja, dann besorg ich das. Oder Zander. Alter, ich fehl mich in deinem Haus nicht zurecht, Eike. Welche Etage muss ich raus für, äh, Türen? Das ist die erste Tür. Das ist blöde, ja. Wir haben halt zwei Etagen, das müssen wir auch noch ändern. Leo, wo sind die Türen? Ja, aber warte. Komm, komm mit. Wir gehen sogar, wir gehen die Treppen. Wo ist denn, baue ich jetzt das Lagersystem oder hab sie überhaupt lang? Ganz oben. Ganz oben. Wir haben jetzt alles unten. Also ernsthaft, habt ihr da überhaupt irgendein System in dem Haus bauen? Nein, noch nicht. Noch nicht. Hier musst du lang. Ich bin nämlich vorhin einmal reingegangen, äh, was heißt vorhin? Das ist schon ein paar Folgen her. Und, ähm, dann hat, äh, Kier, ich sag zu Kier, ich sag, ich fühl mich hier überhaupt nicht zurecht, ey. Ja, was habt ihr gemacht? Ah, stopp. Es sieht so geil aus, wie Andi die ganze Zeit versucht, in diesen Raum reinzukommen, es aber nicht schafft. Also hier sind noch 161 Steaks und 255 Leder. Ja, hammergeil, danke. Und habt ihr zufällig... Wenn ihr noch mal was braucht, dürft ihr auch gerne noch mal kommen. Ja, habt ihr zufällig zwei Teleport-Doors? Teleport? Ne, diese Doors. Habt ihr da zufällig zwei Frisch? Hier, wie mach ich jetzt ne Black Hole Chest? Ja, warte, ich komme und mach das. Warp-Door. Ey, okay, ne, dann möchte ich einfach nur zwei... Sag einfach mal, wie ich dich anordnen muss. Ne, wir haben eigentlich alles selber, was auf... Ich will aber, ich mach mal nur die Tür. Gib mir mal bitte das Redstone. Oder haben wir das schon? Ne, warte, hole ich dann jetzt. Hier, wie muss ich denn anordnen? Ich muss ein Glas, ey. So, ich hab gleich alles, was wir so in unserem Lagersystem unten noch hatten. Oben in der Kiste drin. Sehr schön, dann können wir das unten... Brauchen wir den Raum nicht mehr da unten, großartig. Kieran, guck dann gleich mal ein Crafting-Table, da müsste eigentlich alles liegen, was du dafür brauchst. Aber was ich jetzt erstmal mache, ich mach die neuen Türen, sodass wir da endlich mal... Hat jetzt jemand schon den Redstone genommen? Ja, das ist gut. Immer noch nicht? Wo ist denn hier das Lagersystem? Ganz oben, ganz oben. Hier, genau. Und hier ist doch Lagersystem. Rechts, links, Output, links, Input. Ja, ich knall euch nochmal ein paar Stakes hier rein. Nein, ich hab einen Nanosaber reingrauen. Holen die euch mal raus. Ähm... Was bräuchte ich noch? Ich brauch noch meinen... Äh... Dingsbums... Wo ist mein Nanosaber? Ich hab's nicht. Kieran, kannst du das mal machen, dann kann ich weiterarbeiten. Nein, ohne. Doch, da ist er doch. Nanosaber, da ist einer. Ah, jetzt ist er da. Hast du auch schon Itemsink? Oder guck mal, ob sowas reicht. Äh... Ich hab ein Extractor-Modul, aber kein Itemsink. So, und... Ja, guck mal, ob oben vielleicht ein Itemsink ist. Ja, ein Itemsink-Modul ist auch hier. Gut, das braucht ihr nicht. Wie viel Eisen habt ihr? Was ist das denn hier? Ja, zu wenig. Zu wenig. Haben wir auch tausend. Haha. Das sieht ja richtig geil aus. Das ist das... Wir haben noch... Was denn? Was ist das hier? Ach so, ja, das bauen wir eh ab. Das ist... Das verarbeitet halt die Ohrs zu den Ingots. Aber das Ganze machen wir... Komm mal her, hier. Hm. So, Andi, wo hast du die Diamanten? Das Ganze machen wir jetzt mit diesen zwei Maschinen. Wir werden das hier mit den Pipes noch alles anschließen. Das, was... Das, was ihr eigentlich auch schon mittlerweile habt. Das Ganze... Ja. Wo das halt einfach die Ohrs hier reinmacht, dann zu Pulver... Nee, das hab ich noch nicht gebaut. Nee, noch nicht? Nee, noch nicht. Ach so, na gut, das machen wir jetzt auf jeden Fall als nächstes. Und dann verarbeitet der die ganzen Ohrs alleine. Ey, ich frag mich schon die ganze Zeit. Wir haben ja alle diese kleine Sicherheitslücke, dass oben... Und bei uns ist das nämlich auch so, bei der Black Hole Chest... Ja. Dass da, ähm, dieses kleine Loch ist, ne? Ja, ja. So, warum geht man da nicht hin und macht eine Teleportpipe hin? Ach, scheiß drauf. Das ist ungefährlich. Ja, aber das wird trotzdem... Nein, nein, nein. Weil du dann keinen Strom mehr hast. Ich glaube, der Strom wird nicht über Teleportpipes. Also du musst es ja mit Energie versorgen, das ganze System. Ach so. So. Das geht mit Teleportpipes, glaub ich, dann nicht mehr. Ah. Haben wir noch eine Electric Ranch hier irgendwo? Das ist fast unmöglich. Ähm, ich glaube, wir haben eine ganz normale. Wir haben auch eine Electric... Das war übelst die Handelnsfolge, ey. Übelst... Wir haben eigentlich keine Musa-Folge. Das war auch keine Musa-Folge, das war vollständig. Ja, gut, das Ding war auch wieder in zwei Minuten erledigt. So, Zander, wir brauchen noch... 6, 2, 3, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, glaube ich. Wir haben die Black-Hole-Shests irgendwie faszinierend so aus. 10 nochmal, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, glaube ich. Oh, verdammte Hacke. Upsala. Was ist das jetzt immer? 10 rote Lampen und... 3, 10... Ich habe eine Maschine unten abgebaut mit einer Ranch. Ach so. Ca. 20... Ich weiß nicht. Nichts mit rechts klicken, sondern links klicken. Und das war das Problem. Ach so. Ja gut, dann geht das manchmal nicht. Aha, Dolm macht jetzt hier Licht-Design. Das darfst du hier drüben dann bitte auch machen, ne? Ey, aber sollen wir dann wirklich hingen und dann in Zukunft planen, dass wir dann halt diese Dimension oder diese komischen Dinger durchgehen? Ja. Also Dolm, wo hast du den Redstone für deine weißen Lampen her? Ey, mein Dings ist weg. Ey, ich habe ihn mir genommen. Ich finde das ganz geil, wenn wir das so machen. Ja, Mann, das machen wir auf jeden Fall. Dann hätten wir wenigstens noch weiße Lampen. Ist auch so. Wenn wir dann noch eine richtig coole Dimension finden, dann müssen wir halt ganz, ganz viele Seiten jetzt erstmal suchen, damit wir ein richtig geiles Buch machen. Ja, Mann, dann... Aber ich habe ein bisschen Schiss. Wie sieht denn das dann aus? Nicht, dass wir dann wieder in so einer komischen Kacke da landen? Ja, deswegen müssen wir ganz viele Warpedors mitnehmen, Holztüren, und dann kommen wir immer wieder hoch. Ja, aber wenn wir... Dann haben wir so eine komische Kotz-Dingens wieder da, wo einem so schwindelig wird und dann hast du uns viele Zeiten... Ja und, aber du verlierst doch nichts dadurch. Du kannst... Du kannst auch sofort Steine hinsetzen und dann hast du wenigstens ein bisschen Orientierung. Das ist nicht... Wir nehmen einfach Steine mit. Wir klären das dann nochmal. Das ist auf jeden Fall kein Problem mehr. Ich meine einfach nur, wir sammeln übelst viele Bücher, ne? Und dann haben wir auf einmal diesen komischen Effekt wieder. Oder das alles exkludiert. Dann ist doch alles viele Cuts gewesen, oder? Ja, deswegen... Nein, Zander, Zander, nein! Doch, das ist das Problem bei dem Mod, dass da sau viel instabil ist. Ja, aber guck mal, die Seiten gehen doch nicht verloren dadurch. Nein, er meint... Nee, Anni, er meint jetzt wirklich, wenn wir die Dimension mit den Seiten gemacht haben. Ja und? Nee, stimmt. Die Seiten haben wir immer noch. Die Seiten haben wir doch immer noch. Echt? Ehrlich, egal. Okay. Na gut. Nee, aber ich meine, du hast doch gesagt, man braucht ganz viele Seiten. Und dann ist es doch viel sicherer, oder? Ja, schon. Aber da müsste ich dann echt nochmal jemanden mit beschäftigen. Ja, dann lass das auf jeden Fall. Oder die Zuschauer können uns gerne in die Kommentare was reinschreiben. Ja, oder so. Fände ich auch ganz gut. Wenn vielleicht... Ja, kommt auf an, ob wir das noch bis dahin sehen. Weil wir sollen jetzt noch viel aufnehmen. Ja gut, wenn wir jetzt ein bisschen für den Sommer was vorproduzieren müssen, heißt ja nicht, dass wir nie wieder irgendwie das machen. Zerstören. Hä? Egal. Ja Leo, dann würde ich sagen, müssen wir morgen mal sehen, dass wir hier das Zeug zum Laufen kriegen. Und dann können wir den Rest hier abbauen. Achso, ja auf jeden Fall. Ich mach jetzt nur noch schnell die neue Tür. Hast du gerade Cleanstone dabei? Kannst du mal kurz Cleanstone holen? Ja, warte, warte. Kein Ding, kein Ding. Oder ne, ich mach's erstmal hier erstmal hin. Ah, Kilian, ich brauch noch mehr Glas. Kannst du mal kurz Glas schneiden bitte? Schneiden? Hast du noch alles aufgebaut, was ich wieder ins System gepackt hab? Ach, warte. Ich hab noch ganz viele Glasdinger. Warte, Zander. Oh oh. Ja, scheiß ist egal. Glaspains, ne? Ich hab's verkackt. Glaspains oder Glascovers? Covers, mein ich ja. Nein, Pains. Ah, Pains, mein ich ja. Ich hab echt verkackt. Ja, ja, ja. Egal, ich kann ja mal alles aus dem System rausholen, was da... Ich weiß, ich weiß... Oh, was war das denn? Das war ein dicker Rülpser. Oh shit. Oh shit. Noooy. Herrlich. Wie geil war das denn jetzt? Einfach so mitten im Gespräch. Oh man, ey. So warte, ich will das alles mal wieder zu Glasblöcken machen, erstmal. Was maß? Blöcke oder Pains? Ne, ich mach jetzt Pains. Mach mal Schmerz. Leo, hast du das Ding jetzt ein zu weit vorne gesetzt, oder wie? Ja, ich hab's wieder wie letztes Mal falsch gesetzt, weil ich es jetzt mal an die Wand setze und nicht auf den Bodenblock. Aber man kann das hier auch löschen, warte. Ich lösche das hier gerade mal. Irgendwie kann man das löschen. Ah, jetzt geht's weg. Ah, jetzt geht's weg. Oh, jetzt muss ich nur noch eine Pipe dahin verlegen. Und jetzt muss ich schnell zu den anderen gehen und dort das neu setzen. Kian, wo ist denn mal so eine Pipe? Lalalala, lalalala. Kannst du mal das für mich machen? Weil die Black Hole Chats ist jetzt komplett vorbereitet. Und wir müssen jetzt nur noch den ganzen Cobblestone darüber transportieren. Und so. Und so. So machen Sachen. Ich glaub, die Folge ist zu lang. Ach, Quatsch. Ja, wir sind bei 21 Minuten. Oho. So, warte mal. Jetzt muss ich ja zurücklaufen. Oh ne, das ist ja scheiße. So, was brauchst du jetzt an der Glas? Ich brauch aber auch gar nicht mehr... Ja, ich brauch Glaspaints. Also diese Scheiben. Die ganz normalen Minecraft-Scheiben. Aber gerade hast du da noch einige, sehe ich. Ja, ich brauch jetzt erst Redstone-Lampen. Seid ihr überhaupt mal wieder im Minenschacht gewesen? Also, ne, im... Wir haben Schienenschacht. Achso, ne, wieso? Wüsste ich nicht. Einfach so, weil wir so ein Ding mal gebaut haben. Einfach nur so. So, pass auf. So wüsst du jetzt, Andi? Ja. Scheiße, ich bin falsch neig. Wo ist jetzt die Chess, wo das hin muss? Alter, bei dir ist es so unübersichtlich. Echt? Nur du kannst so ne Scheiße bauen. Ach, und, und wüsste was? Das mit den Turtles funktioniert doch nicht. Äh. Wir haben ja gedacht, dass wir... Dass wir die Turtles da jetzt arbeiten lassen können. Übelst weit weg von uns. Dass das da nicht so zerlöchert ist. Wer nicht geladen? Ja, die werden nicht geladen. Das ist richtig scheiße. Ja, wo hast du jetzt die Pipe, die ans System rangeht, Andi? Wie? Ach, und was ich mir auch überlegt hab, wenn wir sowieso ständig handeln, dann könnten wir doch einfach mal ne Teleport-Pipe oder so. Oder halt einfach mal ne Ender-Chest machen zwischen uns beiden. Äh, uns. Ja. Ne Ender-Chest ist eigentlich der beste Weg, ohne Witz. Ja, auf jeden Fall. Ohne Witz. Hä, was hast denn du jetzt hier gemacht? Äh, du musst irgendwie die Pipe vom System an... Eike? Kilian. Ja, was sind das für Pipes, Kilian? Eike? Gold. Hast du jetzt hier die Türen gestellt? Und wo? Wo kann ich mich anschließen? Kilian? Ja, hier. Ja, was? Hast du ne eigene Tür hier hingestellt? Wo? Hier oben? Hä? Bei uns? Hä? Hä, aber, also wenn man jetzt, äh, ähm... Mit dem... Ja, ich kenne dich auf den Sack. Hä, was meinst du jetzt? Mit dem Rift-Signature, wenn man da zwei Punkte verknüpft und dann ne Warp-Door hinstellt, baut sich automatisch auf der anderen Seite auch ne Warp-Door? Nein, du musst immer beide Türen setzen. Hä, wir sind hier fertig mit den Lampen. Richtig, die Lampen sind fertig. Aber wieso steht die so merklich? Ja, du musst dich ja an ein System anschließen. Ja, warte mal. Ja, warte mal. Ja, wo ist denn ein Anschluss? Ja, warte mal, ich mach den, ich mach mir das Rift-Blade. Ja, klar, aber... Worauf schließe ich mich denn hier an? Teleportler ist so bunt. Oh, das ist leicht. Ich mach mir schnell mal ein Rift-Blade, das ist geil, da kann ich das richten. Da ist doch eine sogar. Da kann's doch abgehen. Äh, so. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jetzt musst du da irgendwie zu deiner Kiste kommen. Mach Bescheid. Deine Kiste, da muss ein... Aber schließt es da noch nicht jetzt an, dann. Du musst erstmal nicht wieder wegkommen, Alter. Boah. Das ist echt geil, wenn du hier reinkommen kannst, weil wir direkt da sind, wo wir hinmüssen. Ich kann nicht. Boah, was machst du hier? Ich stehe. Achso, Eike, komm mal hier. Jetzt ist es ordentlich. Lalalala. Ah, Eike. Also Leute, wir haben jetzt die Türen neu gemacht. Ihr seid jetzt immer bei uns oben im Raum. Das ist jetzt nicht mehr so verwirrend. Wir haben jetzt einen kleinen Teleportraum gemacht. Ja, das ist gut. Sicher? Dass das funktioniert? Ja, komm her. Ist das richtig? Ich hab das richtig gemacht. Richtig. Was ist denn? Wo geht's hier hin? Ach, hier in das Ding. Hallo. Aber es wäre schön, wenn ihr die Türen noch beschriftet. Ich weiß ziemlich schon nicht, wenn ich mich wählen muss. Das ist so verwirrend. Welche der Türen? So. Falsche Tür. Alter. Was? Bis jetzt schon? Hast du jetzt schon verlaufen? Ja, bei euren zwei Türen ohne Beschriftung? Na, es sind zwei Türen? Kommst du weg, kann das ja nicht sein. Nein. Ja, okay. Ich beschrifte die sofort. Zurück weiß ich wieder nicht welches war. Ich beschrifte es schon. Wie nennen wir eigentlich die Tor zu euch? Euch. Die Tor. Die Tor zu euch. Alter. Ich nenn's einfach die Tor zu euch. Aber ernsthaft, Andi. Hättest du diese Anlage nicht ordentlich bauen können? Hm, doch. Nicht so dein Style, ne? Ja. Aber das wäre zu einfach. Da muss man ja nie was funktionieren. Ach, scheiße. Es funktioniert ja alles, Kian. Irgendwie nicht. So, mach dir noch irgendwas gerade? Ja. So. Warum fragst du? Du hast doch was zu tun. Nein. Ich will damit erst in der nächsten Folge weitermachen. Weil ich kann jetzt nicht einfach so fünf Minuten was machen und dann... So. Oh. Kian, hast du noch drei Golden Pipes? Nein, ich würde echt gerne mal was ausprobieren. Eike, kommst du mal kurz her? Ich möchte mal dich schlagen. Oh. Bleib mal da stehen. Bleib mal da stehen. Warte, bleib mal da stehen. Oh, geil. Hast du's gesehen? Äh, was war das denn jetzt? Ich kann mich an die Wand teleportieren. Was ist denn da für ein Gerät in der Hand? Das ist ein Riftblade. Ich kann mich damit zu meinem Gegner teleportieren. Und also quasi auch zu dir. Lol. Hammer. Na, das ist jetzt auch blöd. Jetzt steh ich schon. Ja, jetzt noch nicht anschließen. Oder doch anschließen. Was? Äh, ne, schließt es noch nicht an. Ähm, bau ein Item-Sync-Modul. Hab ich. Hast du? Ja. Dann kann man loslegen. Ey, das macht übel Spaß. Ich teleportiere mich hier grad voll durch die Gegend. Hallo Zander. Die Tour zu euch. Wo bist du? Teuer Minenschacht. Hallo. Ja. Ja, ich muss irgendwie... Wo ist der Anschluss zu der Kiste? Ach, von unten. Was ist das denn? Können dich ein bisschen aufräumen hier? Nein. Warum das denn? Das ist echt so. Nein, was Andi gebaut hat, ist so scheiße gebaut. Das hat uns vor allem verwirrend, ey. Das ist typisch Andi oder das? Ja, das ist ein bisschen unstrukturiert. Gibt's nicht ne Fernsehsendung, die typisch Andi heißt? Da muss jetzt ein Item-Sync-Modul rein. Eike, Eike, Eike. Guck mal her. Guck mal her. Guck mal her. Ey, wir haben schon fast wieder keinen Redstone mehr, wa? Und jetzt, Kira? Guck mal her, ich zeig dir was. Dann musst du Cobblestone reinlegen. Dann werden da die Cobblestone zum Transport. Ich kann das Ding aber nicht öffnen. Guck mal hier. Guck mal hier. So verbinden? Können wir auch. Was? Könnte auch. Wo hast du das denn drehen? Wer hat auch ein Riftblade? Ja, klar. Ach, Mano. Ich drehe die mal ein bisschen wieder zurück. Schade. So ein pornöses, rotes Licht noch da zu unseren Teleport. Oh, das ist cool. Das ist das für ein Ding. Das haben wir gar nicht. Natürlich habe ich den Riftblade. Wenn du sagst, du hast einen Riftblade. Da war doch ein Extraktor noch. Ich weiß ja. Warte mal ganz kurz. Ich kann mich damit zu euch an meine Gegner an. Warum geht das jetzt auf einmal nicht mehr? Ach, ich weiß nicht, ob wir das haben. Wir haben irgendwas, um Blöcke zu drehen oder so. Ne, das ist eine Wrench. Ach so. Ja. Okay, dann dreh ich doch wieder die Türen, weil ihr könnt es doch nicht. Nein, hör auf. Das ist so AKW. Wenn es dann Notsignale gibt und wir kommen da nicht hin, dann fliegt alles in die Luft. Das wäre doch lustig. Ja, das wäre echt lustig. Okay. Ja, ich mach's wieder zurück. So. Okay. Ich komm mal zurück. Du hast gesagt, du hast ein rotes Licht hier irgendwo angebracht. Ach, da oben. Geil, du hast die roten Lampen gemacht. Ja, halt eine, ne? Boah, fett. Wir brauchen mal eine blaue oder eine grüne Lampe, die wir unter die Chess machen oder so. Steht kein Wort, was du sagst. Gold Pipes. Ja, fünf Stück. Ja, verbinden hier. Oh Mann, ey. Hauptsache, wir haben Gemeinschaftsfolge und ziehen gerade alle unter den eigenen Chess durch. Ich mein, den Gemeinschaftsteil, den haben wir noch in einer Minute beendet am Anfang. Wie heißt das auch so? Wir transportieren jetzt eine Million oder was auch immer, wie viel Cobblestone in Andis scheiß Kist und dann hält er die Fresse für immer den Rest seines Lebens. Ich kann mir nicht so richtig vorstellen. Wir haben nur noch 280.000, 79.000, 77.000, 75.000, 74.000. Also 1000 Cobblestone darfst du aber da lassen, Andi. Ja, wie soll er das kontrollieren? Ja, irgendwann einfach stoppen. Alter, was geht denn hier grad ab, Mann? Ja, wir transportieren Andis G-Seaten Cobblestone weg. Alter, um was ist wann das hier explodiert und sind alle unsere Cobblestones weg, ne? Du kannst, wenn du hier in diesem Request-Dingsbums drin bist, kannst du einfach per Scrollen die Anzahl festlegen, hab ich grad fest rausgefunden. Ja, das haben wir auch schon öfters festgestellt. Oh, wie geil. Das ist aber voll geil, das hab ich jetzt erst rausgefunden, das ist so übel praktisch. Alter. Danke für den Hinweis. Ja, Mann. So hilft man sich doch gerne. Ja. Ey, lol, wisst ihr was? Das Beste ist, während das passiert, kannst du sogar noch was requesten. Wirklich? Ich frag mich einfach die ganze Zeit, wie lange wir schon aufnehmen. Ja, halbe Stunde. Echt? Na, 25 Minuten bei mir. Naja, ist doch schön, ne? Ich hab 29. Was soll das? Junge, das wär so asozial gewesen. Wenn du jetzt explodiert wärst, du Dreckscreeper, ey. Wo war der? Der war direkt an der Außenwand von unseren Lampen. Wolltest du damit jetzt sagen, dass die Folge zu Ende ist, Dolm? Ja. Ja. Hab ich grade beschlossen. Okay. Ja, Andi, guck zu. Aber es ist echt spannend, wie diese hunderttausende Cobblestones hier fließen, Mann. Sieht voll creepy aus. Es wird weniger. Ich glaube, wir haben alles raus und jetzt kommt das von der Query direkt. Oh, mein Gott. Perfekt. Was soll das denn? Wie? Ja, wir sollten jetzt aufzuhören. Es reicht. Dolm, dolm, dolm. Jetzt kann dein Anzug ziemlich schnell produziert werden. Sehr gut. Leo, wir brauchen doch eine Selbstschussanfrage. Jetzt kann das Item sinken. Stell das Item sinken. Weißt du, was kaputt gegangen? Ja, siehst du das nicht da? Ja. Ja. Ja, gut, das geht ja noch. Ich mein, jetzt ist ja nichts. So einfach den Cobblestone rausnehmen. Ach, du baust grad die Tür? Ja, das war die Tür. Ich glaub, wir sollten jetzt mal die Folge beenden. Reicht, reicht. Bevor ihr jetzt die Folge beendet, kommt ihr jetzt ganz kurz noch zu mir. Alle? Ja, bitte. Ganz kurz. Kommt eben kurz zu unserer, also hier in unser Haus, in unserem Keller. Ja, und dann? Kommt zu mir jetzt. Ja. Alle, nein, erstmal hier warten. Hier warten. Hier unten warten. Was ist das denn? Euer Launcher oder was? Das ist unsere Landebahn. Achso. unser Landedingens. Ja, aber ich will euch noch was anderes zeigen. So, jetzt kommt mit hoch. Und guckt euch mal unseren schönen... Ah! Creeper, Creeper, Creeper! Okay, das war uncool. Aber guckt euch unseren coolen Tierpark an. Wie viele Ozzelotze hier rumrennen. Ozzelotze? Wo denn? Wo bist du denn überhaupt? 1, 2, 3... Oh, Andi killt sie jetzt alle. Du bist so behindert. Das war jetzt total uncool. Also ich seh jetzt keinen Tierpark hier. Ja, ich auch nicht. Ja, wir waren gerade welche. Zander, Zander, was erzählst du eigentlich immer für einen Müll? Ja, du hast sie jetzt alle getwilt. Das war jetzt voll uncool. Weil das mit den Kabeln ist irgendwie scheiße gemacht, muss ich sagen. Ja, ziemlich scheiße. Du kriegst ja die ganze Zeit Hitze. Ist das blöd? Ja, das ist ja gerade der Sinn. Die Skelette und so, die sollen halt nicht hier reinhüpfen. Deswegen kriegen wir da auch Schaden. Achso. Das ist ein Stromzaun, Mensch. Ja, ich weiß. Aber das ist auch für alle, die durchfliegen, blöd. Ja, weil wir machen. Soll das jetzt ins Loch reinfliegen. Wir werden das ja nochmal anders machen. Ja, wir werden nochmal gucken, ob wir da was hinkriegen, was besser funktioniert. So, jetzt war aber letztendlich. Gönnt euch ein Abo oder lasst es bleiben. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Peace. 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 Peace.